Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Video in unserer Reihe der Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Heute befassen wir uns mit dem historischen Materialismus. Falls ihr noch nicht unsere Videos zur marxistischen Philosophie, dem dialektischen Materialismus gesehen habt, dann empfehle ich euch die vorher anzuschauen, weil dieses Video baute darauf auf. Für die Erstellung dieser Videoreihe orientieren wir uns an dem Buch Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Das Buch verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Und damit steigen wir ein in das heutige Thema, den historischen Materialismus. In den beiden Videos zur Philosophie haben wir gesehen, dass alle Erscheinungen miteinander in einem wechselseitigen Zusammenhang stehen. Das heißt, sie beeinflussen sich, bedingen sich und so weiter. Wir haben auch gesehen, dass das alles nicht einfach zufällig abläuft, sondern gewissen Gesetzmäßigkeiten folgt, die wir erforschen und erkennen können. Diese Gesetzmäßigkeiten finden wir nicht nur in der Physik, wenn wir uns zum Beispiel die Schwerkraft anschauen, sondern in allen weiteren Bereichen, auch in den menschlichen Gesellschaften. Wenn man jetzt die Philosophie des dialektischen Materialismus konsequent weiterdenkt, dann wendet man sie auf die Gesellschaften an und deckt damit ihre Entwicklungsgesetze auf. Genau das tut der dialektische Materialismus und deswegen ist er so wichtig für alle Revolutionäre. Mit seiner Hilfe können wir die Entwicklung von Gesellschaften verstehen, ihre Gesetzmäßigkeiten offenlegen und sie dann im Sinne der arbeitenden Klasse in der Praxis anwenden. Diese Wissenschaft von der Geschichte der Gesellschaft geht also wie jede Wissenschaft vor. Sie schaut sich nämlich die Wirklichkeit an und versucht sie zu verstehen. Damit geht einher, dass es falsche und richtige Aussagen über die Gesellschaft gibt. Diese Haltung sorgt dafür, dass die verschiedenen bürgerlichen Gesellschaftstheorien mit dem historischen Materialismus in Konflikt geraten, wie etwa der bürgerliche Pluralismus, doch dazu später mehr. Vorerst wollen wir die Grundgedanken des historischen Materialismus verstehen. Der dialektische Materialismus geht davon aus, dass die Art und Weise, wie die Menschen leben und arbeiten, bestimmt, wie sie denken. Also ihr gesellschaftliches Sein bestimmt für ihr Bewusstsein ist. Das Bewusstsein bildet wiederum diese Art und Weise zu leben und zu arbeiten ab und spiegelt diese wieder. Was aber macht nun das wirkliche, das materielle Leben der Gesellschaft aus? Nun ja, um zu leben, braucht man Nahrung, Kleidung, Wohnungen, Heizungen, Werkzeuge, Maschinen und so weiter. Aber um diese materiellen Güter benutzen zu können, muss man sie natürlich auch herstellen. Die Grundlage für die Existenz der Menschen sieht der historische Materialismus also in der Art und Weise der Gewinnung der Mittel für ihren Lebensunterhalt. Also darin, wie die Menschen das alles, was sie für das Leben brauchen, angefangen bei Nahrung und Kleidung bis hin zu Autos erzeugen. Das bezeichnen wir als Produktionsweise. Die Produktionsweise kann man weiter unterteilen. Und zwar auf der einen Seite in die Produktionsverhältnisse, also die Verhältnisse, die die Menschen eingehen müssen, um miteinander zu produzieren und zu leben. Auf der anderen Seite die Produktivkräfte. Unter Produktivkräfte verstehen wir neben den Rohstoffen, die man für die Produktion braucht, auch die Produktionsinstrumente wie Hammer, Flügel oder Maschinen und Computer und natürlich die wichtigste Produktivkraft von allen, die Menschen mit ihren entsprechenden Produktionserfahrungen. Da jede Form der entwickelten Produktion nur in Gesellschaften stattfinden kann, müssen die Menschen bestimmte Verhältnisse zueinander eingehen. Das ist die zweite Seite der Produktionsweise, nämlich die Produktionsverhältnisse. Diese Verhältnisse können auf gegenseitiger Hilfe und Zusammenarbeit beruhen, also frei von Ausbeutung sein, wie etwa im Kommunismus. Sie können aber auch Verhältnisse der Herrschaft und Unterordnung sein, wie wir es im Kapitalismus täglich erleben. Natürlich gibt es dazwischen noch verschiedene Übergangsverhältnisse von einer Form zur anderen. In der Produktion, sagt Marx, wirken die Menschen nicht allein auf die Natur, sondern auch aufeinander. Sie produzieren nur, indem sie auf eine bestimmte Weise zusammenwirken und ihre Tätigkeiten gegeneinander austauschen. Um zu produzieren, treten sie in bestimmte Beziehungen und Verhältnisse zueinander. Und nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnisse finden ihre Einwirkung auf die Natur statt, findet die Produktion statt. Die Produktionsverhältnisse umfassen drei wesentliche Elemente. Zum einen die Eigentumsverhältnisse, das heißt, in wessen Händen liegen die zentralen Produktionsmittel, also die Produktionsinstrumente, Rohstoffe, der Grund und Boden und so weiter. Zum anderen die Stellung der sozialen Gruppen und Klassen innerhalb des Produktionsprozesses. Das heißt, wie ist die Arbeitsteilung organisiert? Wer führt die Arbeit aus? Wer macht den Plan? Leitet die Arbeit an? Und so weiter. Wer arbeitet körperlich? Wer geistig? Und zum letzten die Verteidigungsverhältnisse. Das heißt, wem gehören die produzierten Güter? Und wer bekommt davon wie viel? Zusammengenommen ergeben die Produktivkräfte und die Produktionsverhältnisse, also die Produktionsweise der Gesellschaft. Über den Lauf der Jahrtausende haben sich in der Geschichte der Menschheit fünf Grundtypen herausgebildet. Die Urgesellschaft, die Sklaverei, der Feudalismus, der Kapitalismus und der Sozialismus bzw. Kommunismus. Bevor wir auf die einzelnen Produktionsweisen konkret eingehen, wollen wir uns noch anschauen, wie sich die Gesellschaften gesetzmäßig von einer Formation in eine andere entwickeln. Anfangs haben wir gesagt, dass die Art und Weise, wie die Menschen zusammenleben und produzieren, also die Produktionsweise, ihr Bewusstsein bestimmt. Die Produktionsweise bildet also die Basis, während wir den Staat, das Rechtswesen, die Religion, die politischen Ideen, die Moral, die Kunst und viel weiteres in den gesellschaftlichen Überbau einorten. Der Überbau ist immer durch die Basis bestimmt, aber wirkt gleichzeitig auf sie zurück. Wir sagen dazu, sie bilden eine dialektische Einheit. Sie wirken also wechselseitig aufeinander ein, wobei aber die Basis immer das Primäre und Bestimmende bleibt. Wenn ihr mehr zur Dialektik hören wollt, dann schaut gerne unser Video zur materialistischen Dialektik an. Kommen wir zurück zur Entwicklung der Gesellschaft. So wie sich die Gesellschaften als dialektische Einheiten von Basis und Überbau entwickeln, so entwickelt sich die Produktion als dialektische Einheit von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Dabei sind die Produktivkräfte das Beweglichere von den beiden. Das kennen wir ja auch selbst. Auch wenn wir inzwischen Internet und Autonomatisierung haben, Roboter haben und was auch immer, was ja ganz neue Produktivkräfte sind, arbeiten wir genauso wie unsere Großeltern als Lohnabhängige im Betrieb. Alle Gesellschaften kommen an einen Punkt an, wo die Produktivkräfte sich schon so weit entwickelt haben, dass die Produktionsverhältnisse nicht mehr mit ihnen übereinstimmen und für die Entwicklung der Gesellschaft dermaßen zu einem Hindernis geworden sind und die Widersprüche sich so weit zugespitzt haben, dass es eine Revolution braucht, die neue Produktionsverhältnisse schafft. Dabei entwickelt sich der Keim der neuen Gesellschaft jeweils in der alten, absterbenden Ordnung. So war das zum Beispiel im Feudalismus, als es in den Städten schon das Bürgertum gab, das die Industrie und damit auch den Kapitalismus hervorbrachte und erheblich von der feudalen Ordnung eingeschränkt wurde. Letztendlich musste das Bürgertum, die Unternehmer und so weiter eine neue Ordnung schaffen, die dem Stand der Produktivkräfte entsprach. Der Übergang von alten Produktionsverhältnissen zu neuen vollzieht sich jedoch nicht ohne Konflikte und Erschütterungen. Im Gegenteil, ein solcher Übergang vollzieht sich gewöhnlich auf dem Wege eines qualitativen Sprunges, des revolutionären Sturzes der alten Produktionsverhältnisse und der alten herrschenden Klasse und der Herstellung und Verankerung neuer. So stürzte das aufstrebende Bürgertum in den bürgerlichen Revolutionen, wie in der französischen Revolution 1789, die alte feudale Ordnung und schuf eine neue, nämlich die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft. Und genauso ist heute der Kapitalismus zum Hemmnis für die Entwicklung der Produktivkräfte geworden und muss durch eine neue Ordnung den Sozialismus abgelöst werden. Zum Kommunismus und Sozialismus wird im Rahmen unserer Videoreihe auch noch ein Video kommen, also bleibt gespannt. Damit sind wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Als nächstes wollen wir uns weiter mit der Geschichte der Menschheit auseinandersetzen. Dafür schauen wir uns die fünf Grundtypen der Gesellschaftsformation etwas genauer an. Wir schauen, wie sie entstanden sind, was sie ausgemacht hat und wie sie schließlich untergegangen sind und von einer anderen Ordnung abgelöst wurden. Im nächsten Video wollen wir uns die Urgesellschaft konkret mal anschauen, die Sklaverei und den Feudalismus. In einem weiteren Video darauf findet ihr die Gesellschaftsformationen Kapitalismus und Sozialismus bzw. Kommunismus. Gerne könnt ihr uns noch Verbesserungsvorschläge schicken und über eure Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Damit verabschiede ich mich vorerst und wir sehen uns beim nächsten Video.